moin moin zusammen ja es geht gleich weiter zweite mission in der gdi kampagne wir werden not von der landkarte tilgen hoffe ich jetzt hier zur estland das sind wahrscheinlich noch daten aus den 90ern müsste jetzt mal gucken ob das heute immer noch so ist gute arbeit ein brückenkopf kommande ich schuld ihnen noch ein paar daten über nord damit sie entgegner kennenlernen das hier ist kein der selbsternannte führer der bruderschaft von nord warten sie schalt sie rein die unsere stellung überrennen ich weiß nicht wie lange wir sie noch halten sie haben es auch gehört worauf warten sie noch unsere basis wird angegriffen einheit verloren jawohl reiche auf ja sehr nice sehr nice ach das ist ja mies verstärkungen sind eingetroffen jetzt habe ich nur infanterie wird gebaut jawohl und ich stehe jetzt noch mit hier oh jawohl verstärkungen sind eingetroffen bestätigt breche auf jawohl breche auf ah neue gerät neue gerät bestätigt breche auf energieniveau kritisch neue bauoptionen wird gebaut gestoppt abgebrochen jawohl jawohl konstruktion fertig das ist ja auch gut neue bauoptionen breche auf das ist ja auch gut das ist ja auch gut da kann man wieder nur das bringt uns jetzt sehr viel jawohl Verteidigen Sie die Basis, bis Verstärkung eintrifft, Energie nuträglich, besiegen Sie alle Neu-Truppen, alles klaro. Wird gebaut. Ja, dann werden wir wohl mal ein bisschen... Konstruktion fertig. Wird gebaut. Ah, das Fahrzeug hier, das ist ja eh bald hin. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Wird gebaut, Sir. Konstruktion fertig. Klappe freischalten hier. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. In Ordnung. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Unsere Basis wird angekündigt. Konstruktion fertig. Einheit verloren. Sofort, Sir. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Wird auf. In Ordnung. Schon dabei. Sofort, Sir. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Das ist mega... Ingenieur, was kann ich mit denen machen? Ich habe keine Ahnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ist der Bauhof echt schon so hin? Wird gebaut. Präparatur läuft. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Kein Problem. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Bereche auf. Wird gebaut. Sofort, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir! Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir! Geht klar, Sir! Jawohl, Sir! Support, Sir! Jawohl, Sir! Oder können die Ingenieure feindliche Freude einnehmen? Geht klar, Sir! Wird gebaut. Einheit verloren. Jawohl, Sir! Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir! Wird gebaut. Konstruktion fertig. Sofort, Sir! Breche auf! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Geht klar, Sir! Bestätigt! Verstärkungen sind eingetroffen. Nordgebäude wurde erobert. Ah! Ich brauche nur noch einen Sammler. Jawohl, Sir! Support, Sir! Kein Problem! Jawohl, Sir! Stärkungen sind eingetroffen. ... Nein, salen aus! Kein Problem! Einen, Thin! Blütsche auf! Blütsche auf! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Geht da, Sir! Schon dabei! Jawohl, Sir! Den Silo, den brauchen wir nicht. Sie wissen, wir können eh nichts machen. Okay, hier ist erstmal alles sauber. Ja, schön, schön, schön. Ja, 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 das wird ja interessant. Jawohl, Sir! Sofort, Sir! In Ordnung! Schauen wir mal. Den Sammler übernehmen werden wir wahrscheinlich nicht können. Geht klar, Sir! Geht klar, Sir! Breche auf! Breche auf! Sofort, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Schon dabei! Das war's wahrscheinlich schon, ne? Wir müssen nur den Sammlerblatt machen, oder? Ja, 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 ja. Ich, ja, ja. Das war's schon. Unserer Basis wird angegriffen. Jawohl, Sir! Ich schau's. Schieß drum und... Jawohl, kein Problem. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Breche auf. In Ordnung. Einsatzziel erreicht. Okay, alles klar. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir doch das Rückenschiff. Ja, das sind jetzt die Anfangsmissionen. Die sind ja tatsächlich einfacher, als ich erwartet hätte. Ich dachte, da kommt mehr. Aber sehr schön. Wir haben jetzt schon zwei Territorien eingenommen. Und die nächste Mission. Tja, die machen wir morgen durchsagen. Ja, lassen wir Kommentare da. Ja, das waren kurze Videos. Wahrscheinlich werden die späteren, wo die Missionen echt umfangreicher werden, dann zwei Stunden gehen. Ich bin gespannt. Ja, also mir macht es aktuell richtig Laune. Ja, ich hoffe euch auch. Und ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Also, bis dann. Ciao.